Hallo zusammen aus Oberseelbach. Heute 31.10. Es ist Halloween und wie jedes Jahr sind wir hier im Kneifelhof. In Oberseelbach sind die kleinen Geister los. Und es wird spooky heute Abend. Das ist ein kleines Hauses! Hada, angerichtet! So, Servus zusammen, die Geister sind da auf unserem Gruselhof. So, es ist geschafft. Es ist wieder Ruhe ins Dorf eingekehrt. Die kleinen Monster sind alle besänftigt. Oberseelbach ist mit Süßigkeiten leergeräumt. Feierabend und jetzt zum Abschluss des Tages ein schönes Bier. Prost! Nein! Prost!